. Nein, wir sind auch noch ein Block, wo wir... Waren wir da nicht schon? Ja, da waren wir jetzt gerade. Warte ich, da war ich. Soll ich fahren? Ja, warte ich, da ist 3.000. Wir sind ja recht Spur gefahren und dann geradeaus. Soll ich fahren? Okay, ja. Ich höre es dir bloß angehen. Ja, okay. Lass uns mal stattfahren. Ja. Ich habe keine Angst nach vorne drin. So. So ist das. So, da ist die Klima weg. Ja, da war es. Ja, da war es. Ich bleibe da, okay? Links oder rechts? Na, was? Ja. Danke sehr. So. Das ist wieder lustig. Ich bin 100. Ja, okay. rum. Ja, das ist ja nass. Ja. Das ist ja nass. Ich bin 100. Ich bin 100. Die beiden ist mal nass. Die hat nass. Ja, du was du nicht belasten kannst. Aber mach das Gerst. Was machen wir? Weiß nicht. Was machen wir? Wir sehen uns. Das war's für heute. Wir sind früher dort hochgefahren. Ja, wir lassen die Lübsicht. Die Lübsicht hat hinten rein. Aber es hält nicht so hart. Was? Aber es ist ziemlich hart, ja? Es ist ziemlich matt weg, ja. Dann kann man ja jetzt raus. Rauskommen wird schwierig, die ganze Zeit. Die Spur, glaube ich, ist ca. 30,5 m da. Mit dem Rack, ca. da so. Was? Das schaut aber richtig gut aus. Ja, der Hufen war ja. So, da fahren wir auf. Ist es gegessert? Ja, jetzt haben wir geil. Das ist richtig. Jawohl! Ja! Okay, wir mitten da rein. Man steigt mindestens zwei Zentimeter. Okay, jetzt kommt die Welle. Ja, super cool. Jetzt! Ja, das ist ganz nah, Papa. Ja, in der Haufen war ja.